Ja, hallo und willkommen zurück zur Pummelrunde. Heute wieder mit Batman. Ja, heute starten wir Episode 4 mit dieser Aufnahmesession Beschützer von Gotham. Ja, ich würde mal sagen, wir starten Episode 4 und sehen erstmal, was bei der letzten Aufnahmesession denn alles so passiert ist. Also mit Episode 3. So geht's ja immer los. Zuvor bei Batman. Yeah, Peng would have just beaten me to death right there in front of everyone. He wanted to. I mean, if Batman hadn't been there, I would be... Of course, the doctors aren't thrilled about me leaving. My therapist is worried the drug might have caused some issues to resurface. Make them unmanageable. Our stock is tanking. The board is losing confidence. Wayne Enterprises needs a new face. Oswald Cobblepot You're the only ally I have in this building, it's important I need you to be my eyes and ears Alright, I can do that Keep Oswald out of R&D And let me know if anything comes up You're a good man, Bruce Please, Selina I have to tell you how I Bruce? Selina, I think you should get out of Gotham It's not just Harvey The children of Arkham are after you It's not safe right now Yeah Maybe you're right Drop your pen That's not Ich mag die immer noch nicht Tja I think it's time you knew my real name I am Lady Arkham Und ich kenn die immer noch nicht Aber es ist ja auch schön spaßig, mal jemanden Neues zu treffen und zu vermöbeln Blöde Kuh Ja, deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf dieser Spielreihe Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst Ja, genau das haben wir ja vor So Ja, wir dürften uns jetzt in Arkham befinden, nachdem wir Oswald Cuppleport das, äh, den Pinguinen da oben Attackiert haben Retribution, Bruce Oh god What is this place Oh, ja Frühstück, ansehen Okay Sicherheitskamera Rostige Pritsche Ja, also Es ist sehr wahrscheinlich deins Weil du dich nicht mehr dran erinnern kannst, wie du ihn verprügelt hast, den Oswald Ja, du bist in Arkham Ach ja, zieh man mal an Und ich glaube, ich weiß, wer hier in Arkham ebenso ist Ein Genosse, den wir bis jetzt noch nicht gesehen haben Oh, ja, ja Er ist wirklich nicht bereit. Natürlich könnte ich eine Exception für dich machen. Du kannst mir erzählen, warum ich in Arkham Asylum für einen Start. Was? Der Künstler nicht erinnert? Oswald Cobblepot? Du hast ihn mit einem Blöden-Pulp gebetet. Du hast ihn fast verletzt. Du hast dich hier. Ist das auch ein Ring? Du kannst es gut sein. Das ist dein Haus jetzt. Es ist Zeit für deine Nachbarn. Ah. Okay. Action-Szene. Ich bin nicht mein Vater. Hey. Vielleicht nicht. Aber du bist die nächste beste Sache, Wayne. Ey. Ich kann keine Action-Szene. Komm! Komm! Take for her, pretty birdie! Feel good? You like this? The welcoming committee has really gone downhill around here, hasn't it? What the? Rude! Churlish! Not nice! How do you like it! You are pathetic! Whew. Hahaha. Introducing the Joker. Danke für die Hilfe. Ich kann mich nur unschatt erinnern. Ich weiß, dass du nach Arkham zu kommen könnte, aber ich habe nicht erwartet, dass es so schnell passiert. Ich mache mein Bestes, um dich sicher zu halten, aber ich brauche, dass du vorsichtig bist. Wir sind gut, wenn etwas passiert. Ich bin immer vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Und du kannst dich sehr gut defendern. Aber es ist besser, dass du sicher bist. Du bist glücklich, dass die Hilfe so schnell kam. Ich bin nur für den neuen Mann. Ich bin Dr. Joan Leland, vor allem, Head of Psychiatry. Ich werde dir überlegen deinen Fall persönlich. Wir werden dich in eine neue Runde verabschiedet, Bruce. Einer, der nicht dein... ...Blood hat. Für heute, folgt mich. Entschuldigung, ich glaube nicht, dass ich deinen Namen nicht bekomme. Ich? Er hat niemandem seinen Namen nie gegeben. Was? Wir nennen ihn einfach John Doe. Bingo! Ja, das ist John Doe, auch als The Joker. Ja, ich mag ihn irgendwie hier. Also, ja, doch. Hat was. John ist ein von unseren Begegneten. Er ist mit uns für ein paar Zeit. Ich bin sicher, dass er dich bereit ist. Right, John? Oh, ja. Ich zeige ihm die ganze 9 Yards. Ich denke, es wäre besser, wenn du bei dir bist. Es gibt nicht genug Blatt-Tiles, du hörst mich? Es gibt zu viele Blatt-Tiles! Was? Du weißt, Doc, unsere letzte Session war... ... so enlightening. Das ist gut zu hören. Ihr nächste Evaluation ist in ein paar Wochen. Ich bin froh, dass du besser verstehen kannst. Oh. Every day, Doctor. Every day. Ich kann nicht mehr was. Ich will ein bisschen was. Ich will ein bisschen was! Du musst dich mehr beachten. Du musst dich mehr beachten, Bruce. Ein paar von diesen Leuten beutelern. Hm. Du erinnerst die erste Mal, du in die Rek. Room, Dr. Layla? Wie kann ich vergessen? Du musst mich lernen, wie zu spielen. Du musst mich lernen, wie zu spielen. Nein! Nein! Du musst mich nachdenken. Ich muss den Präsidenten warnen. Sie versuchen mich zu töten! Du bist nicht der Präsidenten. Sie wissen nicht den Präsidenten. Sie fühlen sich nicht, wenn Sie versuchen, zu benutzen Telefon. Das ist, weil Telefonen nur für die Räume benutzen. Keine Erinnerung. Dann stoppen den Mannen zu versuchen. Such persistanz. Fehler! Fehler! Ich komme nachher, Sie auch später zu checken. Nein! Schau dich an uns, Dr. Layla. Ich werde dir gut beachten. Episode 4. Willkommen zu Arkham Asylum! Verschützer von Gossam. Berutschützer von Gossam. Was haben sie gemacht? Das ist Arkham, Brüth! Du, diese schreckliche Imagination von dir! Murder? Mayhem? Carnage? The usual. Mal sehen. Auf der Bühne ist das St. Louis. Oh, shh, shh. Das Favourite Show ist auf. Es ist niemals erinnert. Alles klar, Freund. Kommerziert. Auf der Bühne ist es. Wo ist die Bühne? Die Autos müssen sie verraten. Keine Angst, aber ich werde fragen, Leland. Sie mag ich. Oh, ich habe fast vergessen. Hier. Was ist das? Hmm, okay. Der Joker. Der Joker. Du hast einen schlechten Fall mit den Mindkniften. Ich kann es sagen. Ich kann es sagen. Nur... Nur weg. Okay? Keine Mindkniften für mich. Ich habe bereits meine Schmerzen. Okay. Das ist das, wie der Kucki krummelt. Kucki. Kucki krummelt. Das ist es. Ja, ich habe ihn verraten. Ja, ich habe ihn verraten. So, ja. Den Schrank nehmen wir erst später uns vor. Ich schwöre, wenn du nicht zuhörst. Ich komme über da und dich zuhörst. Ich... Ich... Ach, wir benutzen mal den Schlüssel. Das funktioniert nicht. Okay. Dann... Ah ja, gut. Okay, dann benutzen wir den Schlüssel einfach mal da. Und dann gehen wir rund im Kreis und fragen mal alle so. Hey, what's up, people? Hey, how is it in der Anstalt hier? Das hätte ich mir jetzt überhaupt nicht denken können, dass das da nicht funktioniert. Zatz. Den kenne ich irgendwoher. Bruce Wayne. Du hast ziemlich eine Reputation hier. Denkst du deinen Schrank raus, um zu bleiben. Ich mag dein Stil, kid. Was weißt du über John? Ich bin hier mitgekommen. Was kannst du mir über ihn erzählen? John Doe? A lot of folks are scared of him. Ja. Ja. Und warum ist das? Same reason folks are scared of tornadoes. They're chaotic. Unpredictable. Speaking as a... As a professional. Ich find his work a bit sloppy, but he's certainly enthusiastic. I'll give him that much. Hey there, buddy boy. You miss me? I missed you. However, the threat remains. The children of Arkham are still out there, and I will not rest until these streets are safe and firmly under my control. And? Never anything good on, is there? Wait, that's the move you're going to make? Huh? Yeah. What? Why? No reason. No reason. And? What do you want? So what's the deal with that? Well, this one was a homeless guy trapped in a hopeless life. This was a woman who just couldn't stop cheating on her husband. This guy wanted to kill himself, but didn't have the courage. All lost souls that I freed from their earthly woes. Okay, yeah, that's enough. Thanks. Oh, okay. Tja, den haben wir doch irgendwie, äh, schon kennengelernt. Batman really did a number on the sky. Hm. Just let him be. Doctor says that's against rules. For the last time, Tim. I'm not my... Hello? Hello? Go away. Arnold's... busy. I swear, if you bother him, I will gut you. Ah, der Typ mit dem... der Puckenspieler. What can you tell me about, äh, John Doe? John? Nothing. I-I don't know anything. John? Ah, I love that guy. Makes me laugh. One knows something weird. No one remembers the day John came to Arkham. Not even the doctors. They don't have any record of him ever being committed. You think a freak with green hair would be pretty goddamn memorable, right? But yeah. Nothing. Hm. Now what? Ich will die nicht nach dem Schlüssel fragen. Hm. Hm. I'm not really crazy, you know. In case you were wondering. Well, don't worry. I'm not crazy either. Yeah, right. You wouldn't be here if you weren't. Hm. Hm. Uh... Sure. Hm. 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 Oh, that's just nasty. You are nasty. Hm. Schau mal da durch. Hm. Hm. Ich gehe mal davon aus, der funktioniert da. Hm. Hm. Well, this key doesn't fit. What the hell is it for? Ah. Hahaha. Ach ja. The Joker. Hm. 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 Oh, okay. Hm.